Also der Sprinter da, der schaut nicht schlecht aus innen drin. So los, nein die Fahrzeuge, auf zur Bergung. Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Oh, was ist mit der Lenkung los? Oh Gott, also das Fahrzeug ist ja echt, oh Gott. Äh, hat jemand ne Abschlappkette dabei? Nee, Kaffee nur. Aber der Blaulicht ist schöner gemacht. Oh, die Lenkung ist ja, was ist mit der Lenkung? Also das Ding fährt sicher. Fährt sich nicht schön, sagst du? Nee. Ich bleib mal hier stehen, oder? Dann weiß ich nicht, wer immer unser Unfallopfer spielt. So, Kette muss ich noch kaufen. Kette muss ich noch kaufen. Kau. Jetzt kauf ich für die Feuerwehr den Haken auch nochmal, oder? Ja. Ja, mach mal. Ach, ich kann jetzt mein LKW nicht fahren, weil ich ja in der Feuerwehr bin. Mhm. Ich mach den jetzt rot, komplett rot, dass man sieht. Ja. Die Feuerwehr dürfte so ein Pick-Up, den ihr auch noch haben. Ja, es steht noch was dort. Und jetzt such ich den, halt einmal aber Anhänger. Ich hab nur irgendwo einen Anhänger mit Blutlicht. Da. Ich kauf noch so ein Pick-Up. Noch ein. Na, die Feuerwehr hat auch noch kein Pick-Up. Da ist doch, im Shop ist doch nur ein anderes Fahrzeug. So, bin schon drin. Das nehme ich. Na, den Pick-Up, den der Baloo hat, braucht die Feuerwehr auch noch. Ihr wisst schon, dass wir den ganzen Kreml da noch aufräumen müssen. So, da ist's. Mit Flutlichthänger. Da sitzt ja schon einer drinnen. Ja, der baut sich so gut auf. Äh, haben wir jetzt noch so ein Pick-Up gekauft? Nein. Warte. Pick-Up. Kauf mal noch ein Pick-Up. Kauf ein Pick-Up, weil ich muss ja die ganzen Ketten alles reinschmeißen. Die müssen ja mitgenommen werden. Oh Gott, stört leise. Marcel Ferguson, blau. Das ist richtig schnallig. Die Kette kann ich aber nicht nehmen. Bibi. Oder muss ich die an einen Schlepper hängen? Den Haken kann ich auch nicht nehmen. Was ist denn jetzt? Das ist halt. Doch, jetzt. Cool-Box brauche. Anhängerkupplung. ich kann die kette entnehmen wahrscheinlich kannst du die nur an der anhängerkupplung anhängen wahrscheinlich also schmeißen wir so ein pick-up hier ins spiel ist doch so hat es mal die klappe hinten auf also das fahrzeug ist innen drin nicht schlecht gemacht ja das ist ja wurscht wie die sich jetzt lenken aber ich finde die aufmachung schon geil er hat ja noch nicht mal eine huppe ich auch nicht so der fluglicht strahler baut sich auf ja wo der stück hinein bau kann man behältest du das also ist kette die kette kann ich nicht an pick up hängen frontlader werkzeug geben was macht man mit der kette ach schau kann den strahler oder geht die kette nur an schleppe das weiß ich nicht aber ich hoffe ich wechsle jetzt mal wieder auf dem chaos und kommt dann mit dem trecker eben anhekert ja nicht ich darf nur noch den lkw weg wir können der feuerwehr auch einen roten trecker kaufen ja würde man machen also ich komme jetzt mit dem pickup da liegt der abschlepphaken drauf ach du scheiße ich finde kann bleibt mir es ist also hier die einsatz das einsatzteam ist lass ich mal vorbei ich habe ein notarzt an bord lass mich vorbei ich bin eilig ich habe ein notarzt dabei was ist denn hier so hell habt ihr alle licht an oder was flutlicht strahler habe ich aufgestellt oh gott sechs doch da was ausschalten das ist ja noch noch hell na das brauchen wir alles ist saugeil aber das ist doch sehr hell so also hier ist der haken drauf den brauchen wir jetzt noch nicht ach da hinten liegt er unter der kisten jawohl denn da wische ich nicht und die ketten die ketten habe ich liegen lassen weil ich habe ich konnte ich nicht auch hänger jetzt kaffe ich nur einen bulldogan roten nein er ist unter der kiste gibt gas rückwärts und bremsen bewegt sich nicht am besten ins feld dass er dampfbar ist pass auf wir machen es anders ja da ist er schnappt dann ich kann die kette nicht aufheben ja das problem hatte ich noch mal eine fresse durch die geräte dann bist du auch im roten schlepper ja auch gott es ist da noch schnell erst so schnell auch gottes weil jetzt sieht man ein paar kilos weg den hast aber voll auf die und breite reifen den kostet der hänger über die ketten du kannst die kette ja auch gar nicht anpacken wo ist die kette jetzt eigentlich ja unter dir ist drüber gefahren halt halt hier 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 ich hab sie dran zuerst aber am bulldog ja hast du hast du so ein stück ach du steiße waltstein kommt alle man entdeckung warte mal aktivieren sieht das manuelle anbringende abschleppkette befestigen abschleppkette jetzt wird schwierig da jetzt setze ich mich in meinem bruder wieder rein weil ich bin ja der verletzte aber aber denken sie dran du müssen sie so müssen dann auch wechseln ja hab ich schon pass auf jetzt muss ich erst mal da muss ich ein screenshot machen warte ich muss auch noch her naja welche kette mann hier ist so der fendt muss weg der fendt muss weg du fährst doch selber ein also fahr weg nicht mal den anderen blockiert sich hier die feuerwehr gegenseitig ist das eine rettung hier es ist wie im wahren leben so was habe ich jetzt hier x befestigen sie die abschleppkette am selbst aktivieren sie das manuelle anbringen der abschleppkette ach moment was ist jetzt x ach so jetzt habe ich sie jetzt habe ich sie an mir alles klar so 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 jetzt habe ich sie locker und jetzt mal balu jetzt aktiviere ich das zu nehmen kannst ja ich gehe mal schnell wohin oh moment 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 haben wir gleich haben wir gleich wo willst du hin wo willst du hin hast du aktiviert dass ich sie nehmen kann theoretisch ja ich bin ich bin nicht mehr im schlepper geh mal rein kannst du irgendwas machen ich kann sie nämlich auch nicht nehmen so jetzt habe ich aktiviert manuelle anbringen das habe ich auch aber ich habe kein menü hier vielleicht muss ich doch mal raus vielleicht kann wenn du weiter rein fährst kann der klaus dann kuh drücken wenn er wieder da ist schau mal kannst jetzt was machen jetzt stehe ich auf gerade lang nein ich kann sie nicht nehmen sagt ich glaube du musst näher ran fahren an klaus dann komme ich nicht mehr raus du hast 1500 ps ja das hilft ja nichts was du auf den boden kriegst hier geht es senkrecht nun warte mal ich muss mal anders hin das ist aber auch schon breit das teil jetzt hast du dran zieh ihn raus zieh ihn raus den krüppel zieh ihn raus den krüppel ohne probleme zieh ihn raus den krüppel und klaus ist nicht da zieh ihn weg zieh ihn auf das Feld weg damit ich habe noch nie mein allrad eingeschaltet haben wir keinen mehr haben wir keinen mehr wirklich wie hast du das jetzt gemacht du bist einfach nur näher dran gefahren was ich dir gesagt habe dann kuppelt er sich am nächsten fahrzeug an ach der patient sitzt ja noch drin in dem ding ja du schläppst ihn halt jetzt quer quer mit durch die jegend ja wenn der klaus drin sitzt können wir ein bisschen gas geben so also wir wären fertig wenn er jetzt wieder kommen würde dann wäre alles gut ja wohl die zeit anstie nach der tausche die ist schon schwach wie viele fahrzeuge haben wir jetzt hier 1 2 3 4 5 6 feuerwehr fahrzeuge ja läuft läuft freiwillige feuerwehr kalten kirchen wo bleibt denn unser unser unfall fahrer ja das heißt wenn ein unfall ist müssen wir alle der feuerwehr beitreten bis auf einen der bleibt sitzen richtig also der unfall fahrer bleibt immer sitzen alle anderen gehen zur feuerwehr ja das heißt wir könnten jetzt eigentlich schon mal aufräumen ich muss den erstmal wieder abkoppeln den armen kerl warte mal das kann ich hier schalten sie das fahrzeug warte mal ich habe noch b moment moment hier